Junge, noch ne Herrschaft! Let's go Leute! Juhu! Mit den allmähkarten Gesichtern! Alter, guck mal, der OC-Clan! Guck mal, das spielen nur noch Clans! Guck dir mal den OC-Clan an! Ja, Alter! Und dieses Häftding mit dem Gesicht da! Geht über zwei Trupps! Guck mal diesen mit dem Smiley, Alter! Spiel nur noch Clans, ey! Und Spaß! Holen alle noch mal raus hier! Alle wollen noch mal! Alter, wir verteidigen die nicht mal, ne? Hier dieselbe Männer! Markus, diesmal darfst du reparieren! Juhu! Oh, geil! Reparieren! Oh, der Geil ist in so'n Ding drin! Markus, komm! Man kann ihn ja verstehen! Damit Aussteigspunkt wählen! Oh! Oh! Das wollt' ich wären! Wer ist Trupp? Oh! Ah, nee! Was? Trop kicken! Trop kicken! Trop kicken! Trop kicken! Hab ich schon gewählt, jetzt! Gerne! So! Ich hab auch noch mal! Geredet, ne? Geredet, ne? Ja, weg! Ja, weg! Ja, weg! Ja, weg! Ja, weg! So! So! Was kann man denn alles noch mal reparieren? Wo sind die Gegner? Ey! Dem Bunker! Du kannst eigentlich alles reparieren! Starter! Ey, das war meiner! Krass! Unser Kommandonetzwerk wurde gestört! Kann ich auch sogar Funktürme reparieren? Eigentlich ja! Komm ich hier nicht hoch? Wenn du sie kaputt machen kannst, kannst du sie auch reparieren, also! Ne, Kühle und Fackeltürme kannst du nicht reparieren! Oh! Du kannst den Bunker geschützt, dass im Bunker, ja, die Mörder, Sensorenstellungen mal angeschossen werden! Ja, bin ich heute bei! Die Mörder, Sensorenstellungen mal angeschossen werden! Torer! Roten! Das ist alles nicht voll reparieren! Wenn man rasten muss, siehst du mich? Ja! Ja! Iron Partei, die kannst du auch reparieren! Na klar! Oh! Oh! Da ist er! Da ist er! Da ist zwei! Oh oh! Der eine macht scharf! Wo denn? Am Bunker! Im Rasmus-Bunker natürlich gewonnen! Im Rasmus-Zift nicht! Da hinten seid ihr, ich komme auch mal zum Bunker! Ja, ich komme auch mal zum Bunker! Kannst du nicht denn mal re-riflen, die Motherfucker, außen hat der gerade platziert? Der wird schon gehen! Ja, der wird schon gehen! Ja, der will gar nicht mehr aus! Wir müssen 5 Stimmen haben! Wurde nicht aus ihren Trupp ausgefunden! Ja, machen wir gleich nochmal! What the fuck! Ich habe sofort gemacht, nicht das auf die Idee von einem von uns kicken zu wollen! Quatsch, kriegen nicht hin! Oh fuck! Doch klar, wenn wir nicht hinkriegen, wenn alle dafür stimmen! Ja! Kriegen sie nicht hin! Ne, wir sind doch! Wir sind vier! Und er zwei Stimmen und noch drei Anker! Geht nicht! Natürlich! Er hat zwei Stimmen und zwei! Ja, geht doch! Schiss! Motherfucker! Mach's, du Genie! Na, wer ist jetzt? Ach, der! Raus! Ach, ihre Bloggerliste hinzufügen! Kann ich auch machen, aber nee, grad nicht! Kann man auch defusen! Kann man auch defusen? Defusen? Ja! Ja, Falser! Wieso kann der nicht mehr? Du brauchst nicht vom Tor sein! Der Feind hat unseres Endes, der rausgeleitet! Ja! Oh, ich geh in der Barriere! Ich geh in der Barriere! Ja! Ach, kein Roy! Ach, ich geh in der Barra! Ich will da eigentlich schon! Muss ja, ne? Ja, ja... Ich muss muss sich ja seine EP gammeln! Ich hab mal in einer Runde, das war vor.. Seit zwei Jahren oder so, habe ich mal in einer Runde nur durchs Reparieren 2.000 EP gehabt ey, das war hart Da habe ich so viel repariert, glaubt ihr dann Wir machen den Torgrad wieder ganz Ja, ich auch gerade Spannend Ja, das ist sehr abwechslungsreich Ich habe auch schon eins geschaut, wir müssen nur einen zweiten Ja, ich bin jetzt gesetzt, einen zweiten Sehr abwechslungsreich, Maha, was? Ja Oh, da vorne ist noch ein Ach, da ist Kevin, scheiße Egal Ach, scheiße, das hätte ich schon repariert Nächstes Nächstes, wollte ich auch gott Ah ja, mit Pfeiltaste nach oben und dann links L1R1 kannst du Chatstimm schalten Ja, wie hast du das da ausgefunden? Was kann man machen? Ich habe den Pfeiltaste nach oben geklickt Was kann man machen, was? Mach Pfeiltaste nach oben und kriegst dann L1R1 Okay, kommt mit Chat Aber den nochmal versuchen rauszukicken, ja, ne? Ja, ja, ich habe angefangen Egal,.. Ja, da haben wir's wieder Egal, da haben wir's schon Alles zerstört außer Gere zwei Hallo Echt, in Amerika ist Mac viel größer als in Europa. Ja klar. Nee, kein Stück. Dann kommt man jetzt wieder raus, klar. Aber du kannst im Hocken sprinten? Ja. Dann wirst du direkt wieder gehockt heute. Das ist das beste Future in Mac, Alter. Wow, das muss ich so sein. Du bleibst die ganze Zeit in der Hocke beim Sprinten auch. Echt, dein Ernst? Ja. Das war dann nicht ganz so schnell, aber... Ach, ist das schön. Einer hat noch nicht gekickt hier von euch. Ich hab schon alle. Einer fehlt noch. Ich hab alle gefangen. Oder hab ich noch nicht. Oh. Nee, ich hab. Ich auch. Das ist ein Rasmus. Rasmus. Ja. Ja, ich hatte... Ja, das war schon wieder neu. Dann bist du gar nicht informiert. Okay. Hallo, das ist ja unser... Ich kann ja mal reparieren. Wo ist auch noch als Heiler? Wo sind die Gegner? Ich bin heute schon. Ja, lästig bearbeiten. Nein, ich muss jetzt dann halt auch... Oh, schnapp. Ich dachte, ich kann die alte Muten lassen. Wieso geht das nicht? Ja, eigentlich geht das so, aber... Achso, ich hab Stimme aufheben. So. Ja, der GW ist glaube ich... ...weil er kompagniert oder so. Ja, stimmt. Kompagnies auch immer mehr. Ja, wir müssen immer mehr haben. Ja, wir müssen immer mehr haben. Ja, wir müssen immer mehr haben. Ey. Fuck. Motherfucker. Nein. Warum? Was war denn? Wie schlecht bist du? Ja, belebe ich doch wieder. Ich kenne mal einen Fall hoch, um den Bunker zu reparieren. Und schaffe es auch noch. Kann ihm mal einer rausmachen? Das ist meine Fresse. Und so lange musst du einen Schwung aber mitmachen. Ja, also zwei Kinder. Wenn wir mal mitziehen hier. Alter, ist wie schwer. Oh Mann. Dumm. Muss ja, ne? Oh, Alter. Ich geh von weg. Ich geh von weg. Ich geh von weg. Ja, ne. Würde ich mal kurz noch nicht machen. Das ist fast... Ah, ne, ist es schon, oder? Ist gar nicht so schlimm. Ach so, gut. Dann geh ich nochmal hoch. Dann fang ich ja so weiter vorgehen. Jo, ist schon. Erstmal wieder IP-Gammeln. Oh, verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Meine IP. Meine IP. Wurde nicht auf... Wir haben uns erst mal beim Mack zusammengezogen, oder, Markus? Ja, wir haben uns mal Mack hingegen. Ja. Ja. Muss man halt geben. Und... Stell dir vor. Stell dir vor. Hätte ich Niklas nie... Hätte ich... 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 Kann es sein, dass die noch gar keinen Schaden macht haben? Ist dein Ernst, dass die noch gar keinen Schaden macht? Nee, die haben nichts eingenommen. Die kommen ja hier nicht raus. Wir werden ja auch voll gespongen werden. Ich wurde geteamtelt. Ah, ich habe von 146 Punkte durchs Reparieren. Ist das ne Scheiße. Und jetzt bin ich droh. Ich hab auch schon 140 und das ist so. Nein, da kam dieses Streu-Ding da. Fuck. So long as we keep our letters, let's go. Nice, platziert, jetzt platzieren die da. Lol. Lollipop. Der hat alle umgewumms hier, ey. Ja, das stand in meiner Granate drin. Ich hätte irgendwie nicht get damaged. Meine Fresse, ist viel zu viele gewesen. Am Bunker sind sie alle. Mhm. Ach, jetzt fällt auch rum. Hab noch nen... Ja, jetzt ist der Bunker explodiert. Will ich noch respawn? Ja, dann werde ich wieder blit, wenn der Scheiß Bunker explodiert. Nee, schade. Weißt du, wenn der Bunker explodiert, genau in der Sekunde wird ich... Ja, wenigstens hat er mal 10 Points bekommen, ne? Bunker kann man ja reparieren, ne? Bunker? Ja, klar. Ja. Kommt man denn hier raus, ey? Also die... Die müssen mal irgendwelche Türen aufspringen. Komm ich... Die kann mich hier selbst nicht mehr raus. Sorry, ich bin immer drauf. Dann will ich mir die auf einen draufschießen. Ja, sonst wäre auch ein bisschen blöd. Oh Gott, ey. Das ist geschwächt. Echt megaschlecht. Ich hab nur noch 0 Schaden gemacht. Wo muss ich denn hin? Ja. Ach, da ist Kevin. Kevin, ich versuch's zu dir zu. Ja, hier sind zwei Gegner. Pass auf. Drei. Ja, das ist kein... Kein Ding, die kill mich schon. Der Termin ist noch raus. Ja. Der Termin ist noch raus. Ja. Alex, 1,9. Ups, mal hier. Jaja, trotzdem weißt du nicht mehr. Ne. Doch hast du da 10,9. Siehst du? Ja, hab einen. Ich hab grad den scheiß Bunker. Wo seh ich denn den Scheißding? Fuck. Die machen den Bunker wieder scharf. Müsst du ja, glaub ich, unten irgendwo... Als im Bunker muss ich jetzt eigentlich... Ne, es gibt keine Lebensanzeige. Es gibt keine bei dem Bunker. Du schützt. Irgendwie... Ich glaub, bei der dritten Rakete bist du down oder so. Ja, ich bin bald down. Da ist mir egal, wo ich so lange bin. Ich kann mich gar nicht. Okay, ich bin down. Aber ich hab zwei Kills gemacht. Okay, das stimmt. Ja, zwei Kills. Das ist ein Tode. Läuft doch. Läuft doch. Wir haben den Sprengstoff bei der Flugabär. 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 Meine Fresse. Lollipop. Das wird so noch kurz gefehlt rum. Das ist doch nicht schön. Jo, hab's wieder. Danke. Das ist hart weg hin. Wir sind von hinten. Wir haben 10 wieder eingenommen. Aber nur die Läser. Das ist auch ein bisschen komisch. Oh, Läufer. 10 Punkte. 10 Punkte. Oh, nein. Oh, geil. Oh, wo kommen die denn, Alter? Wie viel Schuss draus denn im FPG auf dem Fluss? Wir haben den Tank. Wie lösen wir? Wie lösen wir? Das sind alle zweimal gekostet. Im Endeffekt alles, was du hast. Ich bin ja nicht mal sicher, ob man den alleine kommt. Alter, wovon wo schießt ihr hin, Alter? Ach, scheiße. Das hat er ja einen Nade hochgewogen. Naja, 200 zum Sack-Tankestown. Scheiße. Wir haben dann geholt. Ja, Alter. Klar. Oh, weg. Auf neuer Ratter. Neuer Ratter. Neuer Ratter. Schaut. Oh, das ist das Gune, ja. Wir gehen nicht von uns. Anfrage, okay. Anfrage, okay. Blöde Kommilfeuer. Pfff. Alter, das hätten wir mal früher RP'n liegen hier, ey. Das ist echt so. Scheiße. Wir müssen echt mal außer Minecraft noch ein richtig geiles Spiel, mal für alles spielen. Das ist richtig der Lapping, ne? Ja, aber vorher haben wir keine Ernst. Nein! Das ist so stark. Okay. Okay. Ja, TDP ist wohl kaputt, oder? Ja. Fass, nein. Alter, das ist doch nicht dein Ernst, ruhig schnell, das Ding wieder runtergeiern, ey, da oben. Ja, ich geh hin. Ja, ich geh hin. Okay, danke. Ja, das ist jetzt... Oh, Mann! Och, komm! Was? Auch von da hinten, ne? Ja, across the map, ne? Hm? Was ist das Sniper, war geht das? Ne, das war kein Sniper, war ein scheiß Schuhunger, ja. Oh, ja, gut. Na, das wird bei mir auch irgendwie so aufgemacht. Ah, fuck! Der Merser-System müsste da wieder da sein, pass los. Ja? Ja. Und das der ist, der ich denke. Gibst's doch einen, oder? Oh! Oh! Oh, wir haben uns mal Schaden gemacht! Ist in der Nähe von der Flak, der Merser, oder? Oh! 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 Oh, wir haben uns mal Schaden gemacht! Oh! Kann dort passieren, ne? Level in den Bunker? Naja. Flak-Batterie? Ist in der Nähe von der Flak, der Merser? Kevin, jetzt bleib ich aber klar nennen hier, der ist ganz. Okay, das warnt wieder. Kevin, ich bleib aber klar nennen hier. Ist der, ist es der Merser, der bei? Ne, der ist ganz, der ist ganz. Der ist gerade wieder platziert, oder? Der ist gerade platziert. Der ist platziert. Der muss doch fast da um gewesen sein, er hat so viel getroffen. Na, Kevin, ja, wir müssen jetzt über 300... Oh, Junge, das sind solche Bobs, ey. Ja, ich verkommen, ich steig. Wenn wir hier fallen, wir fahren und wir fahren fahren, I guess. Wir erobern einen Kühlturm zurück. Ich glaube, ich helfe dir. Jo, Kevin. Hab 100 EP mehr als du. Ich hab 100 EP mehr als du. Kevin, 100 EP mehr als du. Ja, was holst du denn hier drauf, ey? What the fuck? Ja, ich werde auch im Tank in den Bunker gehen, während die hier Merser rauskommen kommen. Ach, komm, Digga. Bunker, wer Sprengstoff platziert. Ich liegt auf dem Bunker, kann ich jemanden driben? Ich bin auch down. Ich liegt gerade nichts mehr auf die Reihe, ja. Ich umdraffte beide ineinander zurück. Oh, scheiße. Läuft gerade nichts, oder? Nee. Aber wir sind lag, Leute, das läuft halt nicht immer. Hier gibt's keine Positiven. Ja, aber... Hier kannst du so viel skill haben, wie du willst. Komm auch mal an, wie du auf die Gegner so waren. Das ist Glück und Zusammenspiel. Ja, aus dem... Du kannst... Du musst hier auch echt Team-Clammer haben. Guck mal, bei 250 Leuten, wenn du alleine eine Skill hast, und dann... Wenn du den Rest der Effekt kackt, bin ich dann auch nichts. Ja, Hardstyle-like, was du... Wo kam der denn her? Der kam auch aus Nix, Mann. Du kannst ihn nur... Du kannst ihn nur... Du kannst ihn nur... Du kannst ihn nur... Du kannst ihn nur mit dein Team auch gut spüren. Kevin, Hardstyle-like, ne? Hm. Feuereinsatz geht klar. Sensoren auf dem Weg. Ah, Kevin, ich müsste jetzt über 350 EP haben, oder? Du bist gerade tot. Kannst mal kurz nachgucken. Was? Achso, äh... Du hast 354. Ah, ja. Ich werd noch so viel mehr bekommen. In 10 Minuten kann man noch viel erfahren. Ich sag dir, da wird über 700 stehen. Oh, komm. Diese Fotzen, ja. Hier, du hast die Kieferbank gemacht. Pff. Mal, was sagt man das denn? Aber scheißegal, ja. Immerhin ist es. Na gut, einer ist. Jamel, wenn jemand im Bunker auf dem Durchschnitt hat. Ja, vor Gronkh müsste das spielen, ja. Dann würde das wieder ein bisschen Popularität gewinnen. Ne, ich würde da gar nichts auf die Reihe kriegen. Ne, Gronkh? Könnte ich mal ein A-Bot. Ah, PewDiePie müsste das spielen, das würde richtig Popularität dann wieder gewinnen, ne. Ist ja richtig geil. PewDiePie, der anfangen würde, oder sagen würde bitte. Gebt Mac eine Chance, da uns ein B-Dar drüber drehen wir. Oh man. Dann würden die Server aber down gehen, ne? Dann wird es keine Macs mehr geben, so viel wie die das neu kaufen wollen. Gibt's ja jetzt schon nicht mehr. Gibt nur noch neun Exemplare auf dem deutschen und englischen Markt, Leute. Wie gesagt. Die werden irgendwann selten machen. Gibt nur eine einzige Special Edition, nur noch auf der Selten. Die werden irgendwann selten machen, ja. Also auf der Selten? Ja gut, dann knife mich einfach, ich knife den. Der zieht nicht das Messer, der knife mich. Behaltet ihr alle euer Macs? Also ich ja. Ja, ja, für immer. Rein das Prinzip. Da ist ja mir egal. Wann wen würdest du das denn verkaufen, du Hawk? Ich steht bei mir aktuell zwischen GTA 5 und Alex sein MB2. Achja, das muss ich ja auch noch. An wen willst du das verkaufen, nur mal so ne Frage. Wer ist denn so blöd? Ja, kann doch sein, dass du das wegschmeißt, das weiß ich. Warum willst du das Spiel wegschmeißen? Ja, ich würd's nicht machen, deswegen frag ich euch ja. Wenn man ne Spiele nie wegschmeißt. Ich hab ja auch noch FIFA, ich hab ja alle FIFA nicht. Ich hab noch FIFA 05 hier. Obwohl die halt alle keinen mehr zum Beispiel für die PS2. Die Spiele geb ich eigentlich weg. Ah, AussGelgen, die Eiserne losheute. Ja, ich hab noch mit mir little. V-Findlicher Störungriff! Unser Kommandonnetzwerk ist offensichtlich! Ja, ich hab noch mit mir Lack! Wir haben Follow-up bei der Flugerwirtschaft! denn für morgen anwesend dann ist morgen übermorgen noch müssen um gut zur arbeit werden du bohrschloch erweilung erfolgen halb neun und immer besser klasse er kennt uns aber nur ein Praktikum da ist das noch nicht so das ist ein Arztgekse mein Praktikum damals muss ich auch macht das ein kann ich da irgendwas für warum bin ich jetzt tot fick dich Kevin warum machst du da also wenn das wenn das der Niklas weiß dass es wieder Herrschaft gibt der kommt ne oder morgen abend ja ja würde ich sagen hoffentlich gegen morgen aber für eine oder nicht dass wir gerade so eine Phase haben wir gerade hier ein Clan mit 60 Memmern muss sein dass hier so ein paar Clans hier wieder alles rocken aber egal wenn nicht dann haben wir trotzdem jetzt noch mal richtig Banker Bock gehabt mit WTF so Nikja falls es hörst wir haben Spaß gehabt ja auch ohne die ich soll wieder dein Arm verbringst nicht ohne die ich will dann lieber wieder Markus Mech ist einfach besser als Alkohol ja Mech ist der schönste Mech ist natürlich besser Mech ist der schönste raus da hast du wenigstens keinen Kater von danach doch hast du auch dann bist du voll fertig ich sag wie viel weil es aber so Adrenalin-Push ist überhaupt ich kann Fahrzeug kaputt reparieren ne ja ja Mech ist einfach mal gechillt Markus Mech ist der schönste Rausch den es gibt ne so ne schöne Killstreak in Mech ey Kevin 500 EP was sagste ich kann das ich kann das ok reparieren neben dem Ombuds ich kann das nicht kaputt reparieren der Bunker ist der ist so behindert nein doch doch du machst es kaputt Markus nein du reparierst es kaputt Markus ich war grad daneben geworden ich hab das Fahrzeug wieder gut ratiert Sensoren auf dem Weg so ist das Ding nein der war drin nein der war drin dann geht doch nichts kann nichts sein ach Markus Typ's auch kein Fresser ich hab schon 10 Assists alter ich hab schon 5 Kills und 22 Tode wie? 5 tut so also ich hab die 22 Kills drin ja ich bin aber auch nicht schlecht guck mal außer ich und Rasmus macht eben keiner Kills ne ich reparier nur siehst ja 500 ich auch ja ich krieg nur Assists ich bin nur behindert uah der Markus ab Abrahamsung von morgen da 6 schaffst du ne? 6 müsste ich da sein ja ja wir können ja auch 4 bis 5 Stunden meckern da drin 7, 8, 9, 10 ja ne morgen nachts muss ich durch man 4 Stunden geht klar ja Dienstagsschart ist noch nicht frei jetzt so geil wenn ich mit Eigentlich müsste ich mir Mittwoch einen Urlaubstag nehmen, ey, zum Chef, ich brauch Urlaub Mittwoch, Dienstagnacht, Mech, bis zum Abschalt zocken. Das wär echt geil, ey, bis, 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 es steht, es ist aber nicht los. Also Dienstag zock ich so, es ist jedenfalls so lange, bis ich, ähm, müde, weil du bist, nur du ist auf jeden Fall drin. Dann würde ich fängen gehen, das werde ich Mittwoch morgen nicht wahr, aber... Wer sagt, dass du schlafen musst? Wo du nix Kaffee? Ich mach keinen Kaffee. Ich hab noch nie Kaffee getrunken, muss ich dazu verstehen. Ich hab zweimal, ich hab zweimal in der Firma probiert. Nie Kaffee getrunken? Also ich noch nicht. Noch nie getrunken? Okay, trinken sollte man. Ich hatte auch vorher noch nie Döner, ich hatte erst zwei Döner in meinem Leben, Marco. Also ich hab auch schon mal Kaffee getrunken, aber ich mag's nicht. What the fuck, Alter, ich bin so in Kaffeesucht, dir ist der Hammer. Glaube ich dir. Ich glaube, ich hab einmal Milchkaffee, das war... What the fuck, was geht mit euch, Alter, wie haltet ihr euch am Leben, ey? What? Energy. Boah, das hat sich fest. Anfangen an zu lachen, wenn ihr das Wort Sport fällt. Das sind, das sind die Gamer von heute. Joja. Ey, Thorat, Thorat, Thorat AC2 durch. In der Zeit mit Sport machen kann ich auch ohne Herrschaft zocken gehen. Marius, das müssen wir mal erwähnen jetzt. Thorat AC2 durch, GZ. Ja? Echt? Ja, er hat gerade ein Bild in der WhatsApp-Ruble gepostet, Abspannen endlich geschafft. Und dann Bild und das. Oh, wollt ihr mich verarschen? Leute, ich hab'n Kill. Aber ich hab Thorat AC2 direkt Brothard mit rauskriegen. Ist mein Ernst. Ist mein Ernst. Ist mein Ernst. In der Regel mal grad'n Bunker hier. Das war eigentlich mein Plan, aber dann wurde ich weg. Ist so nice. Ich lieg am Boden. Und der Bunker steht wieder. Ah, Mann. Ist das halt. Ich reparier mich jetzt einmal durch. Ach, du auch. Du siehst ja, wie viele Punkte ich davon hab' ne? 500 Endes. Alter, wenn du mich verarscht, steht der Oma auf so nem scheiß Cell mit einer Shotgun. Och komm, Junge. Fuck. Schade, ich krieg' keinen Befehlsbonus mehr. Ich glaub' Kevin, 700 sind nicht mehr drin, da ich den Befehlsbonus nicht mehr bekomm'. Alex, du bist morgen wahrscheinlich ein bisschen vordechst noch da, oder? Ich bin ja morgen danach wieder im Fitnessstudio wie immer. Und, äh... Bäh. Ist ja ekelhaft, ey. Fall'n die Sport an. Sport an die Liga, ja. Oh, sorry. Markus ist eh der Sportlichste von uns. Also wie so. Halt die Fresse, Alter. Digga, ich... Ich hab' sämtliche Marathon-T-Shirts vom Hannover-Marathon von 95 bis 2003. Ja, schön, Markus, komm, lass mal kurz ruhig bitte jetzt. Von 95 bis 2003. Hammer. Ja, aber ich bin schon mal geboren, da hab' ich schon Marathon gemacht. Denn halt nicht. Ihr Mongos. Denn halt nicht. Ich glaub' da gar nicht, ne? Ja, ja, ja. Also, Markus, du bist morgen bis 6 da. Alex, ab wann bist du da? Ab 6. Ähm, halb 7 wahrscheinlich. Halb 7. Und Rasmus? Bist du morgen am Auto? Ja. Ja. Ab wann ungefähr? Rasmus ist immer da. Ja. 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 Ich müsste Frau Markus heute sein. Ja, ruhig, ich bin auch Frau Markus deutlich da. Also, wenn du, wenn du da bist, ich bin morgen gerade die Früh da. Ich bin morgen gerade die Früh da. Morgen Röschloß. Leute. Ich glaub' ich hab' die Früh. Oh, Rasmus. Teilfertiger Truppanführer. Ne. Oh, fuck. Nein! Da ist ein Gegner. Ja, okay. Ja, hat mich der geneifed. Hat mich der geneifed. Kurz bevor der Bunker fertig war. Verstärkung unterwegs. Läuft da einfach rum. Feindliche Truppen, verteidige dich. Noch ein Sanitäter. Die waren ja niedrig. Und wir sind richtig gelassen. Ach, du brauchst die doch nicht. Die Punkte sind ja auch egal. In der Weile Level 60. Ja, und? Wir haben sich wieder eingenommen. Echt mal, prinzip. Wichtig. Ich hab meine über 500, ich weiß nicht. WTF? 163. 145. Nein, meine, wir überleben. Hier rennen so viele Leute rum. Du hast mich geändert. Halt still. Oh, Phil. Thank you. Thank you very much. So'n Mongo wieder. Ah, der hat Leinfeld. Ich weiß, ob es kaputt geht, wenn die weggespringt werden. Oh. Wohin, ich geh mal hier rum. Warum sind Bunker noch nicht rüberwürdig? Bunker ist vor. Sehr gut, Joe. Nein, ich muss noch 600 BP haben. Scheiße. Ah, fuck. Ich brauch einen Sanitäter. Faktik, Krieg. Nein, Team Köln. Gut, Köln. Gut. Oh, Marco, ich hab dir mal ein Bild geschickt. Ja. Ja, okay. Ja, Spiel ist vorbei. Gewonnen. Das war's noch mit der zweiten Folge von Mac. Hier hat keiner, wie viel noch Folgen fährt. So viel wir schaffen auf jeden Fall. Ja, wir haben nur noch 600 BP. Wir nehmen nur noch 607 BP, Digga. Ja. Ja, Marco, es ist falsch, man kann keine Head of Cream, ich glaube auch nochmal Savo. Auf jeden Fall, mal Kuro, Marco. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt nochmal dick auf. Ja, wir werden jetzt Mac vorher finn. Wir setzen bis zum Battlefield. Ja, sorry Leute, jetzt ist kein Battlefield mehr kommt im Moment, aber wir haben keinen Bock mehr. Und wir haben auch keinen Grund mehr. Geht auf jeden Fall trotzdem aber auch wieder weiter, nicht in der Senkung der Battlefield mehr. Ja. 3.900 EP. 2.550 Phase 3.800. 3.900. 3.900. 3.900. Alter, ich sag dir immer wieder. Gut, dann danke ich fürs Zuschauen und nochmal, falls letztes Mal danke an Mac und äh... Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.